Musik Moin Freunde, willkommen zur nächsten Folge, wir joinen. Wir joinen, wir sind gerade Suchti und Tyrant gestorben, und wir gehen jetzt hoch und looten deren Chess, weil die Podstuff hatten. Ey Bro, aber lass vielleicht trotzdem noch ein paar Gaps vorher fahren, oder? Nein, 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 lass direkt hinlaufen, einfach schnell holen, weißt du? Einfach hoch sneaken. Hast du vielleicht trotzdem ein paar, aber die Chess ist direkt beim Spawn, you know? Direkt, direkt am Portal. Ich baue für dich wieder ab. Da kannst du dich nicht einfach, es ist gut, dass Adrium und Spinne muss kacken. Das heißt, es ist nur noch Solos drauf. Ok, let's go, lass einfach jetzt rushen, passt. Ja, du bist früher oben, weil du viel weniger abbauen musst. Ja, ja, ich mach das jetzt schnell. Weil Mei-Chan, der kann nur gefährlich werden, der andere kann nicht gefährlich werden. Ja, glaub ich auch. Der hat nämlich gerade eben Martin getötet, ne? Let's go, ich lauf grad hin, ne? Weh, der ist da jetzt, ne? Und dann... Der da jetzt chillt, alter. Ich bin gleich oben, solange... Alles leer, alles leer, alles leer. Die Chess, oder? Die Chess, oder? Ich guck grad, ich guck grad die Chess. Warte. Syritown gewinnt. Top KD. Nahkampfstarre. Gold. Drei Dias, der hat drei Dias drin. Ja man, nice. Kann ich mir dann Hose machen? Potsdam, Potsdam. Komm, komm, wir müssen alles in unsere Chess packen. Komm schnell. Ja, Mei-Chan ist eh in eine Minute weg. Oh Junge. Ich bin so übelst um unserem Wasser. Wir haben alles, wir haben alles. Wir haben auch, du hast auch Full-Di. Alles perfekt. Als ob wir Full-Di haben. Ja. Nice. Jetzt wusste ich nicht mehr. Ich spam jetzt kurz in unsere Chess alles rein müssen wir haben, ne? Ja. Ich geh dann unten drunter schnell die Farm holen, ne? Jo. Hol schnell die Farm. Ja. Ich hol schnell alles. Boah, du bist das. Digga, die Farm wird gelootet. Ernsthaft? Ja. Ich hatte ja alles zugebaut. Hat die noch Bücher oder so irgendwas? Ja. Die hatten mir richtig viele Dings. Die hatten Diaboots noch Spare. Federn, Federn. Hol den Rest. Hol den Rest raus. Sattel. Melan-Seeds nehme ich raus. Zwei Zucker haben auch noch drunter. Ja, sonst nix mehr großes drin. Okay. Wir haben den Brauststand. Wir haben alles, wir haben alles. Ja, Mann. Hier, äh. Nimm die 8 Dias und mach dir eine Hose. Lass jetzt Äpfelform. Stell. Stell mal Endsch auf. Und gib mal die Federn. Ah, da. Die Junge sind ja gar viele Federn. 53 Jahre ist okay. Hier, Axt. Ja, ich entscheide kurz meine Rüstung. Ja. Ich hab noch zwei Pieces, nämlich Anstand. Oh, nice. Wir müssen nur noch die Rüstung und Bogen. also du hast den Bogen, aber du musst Rüstung und mal ein Schwert noch fertig machen. Haben wir keine Anpass mehr. Ich hab. Soll ich fünf Bücher machen? Wir könnten theoretisch fünf Bücher machen, aber da haben wir gar keinen Zuckerraum mehr, ne? Mach vier. Okay. 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 Ja, da haben wir beide drei Viertel glaube ich, oder du hast da auch schon, oder du hast noch gar keinen Teil, oder? Hast du eins oder gar keins? Ich hab gar keins. Okay. Aber wir haben, wir haben vier Boots. Bau du Bäume ab, ich mach Potts, okay? Jo. So. Nur wenn jemand joint, direkt weg. Wo ist denn da, was hast du denn? Ja, ich hab den. Ich bräuchte den. Dann kann ich mehr Power-Pod zwei Boots machen. Wegen den Spare Boots von denen. Wär eigentlich ganz geil. Ne, behalte die als Spare. Okay. Ja, mir egal. Schon mal gerade so. Also nochmal über die Map laufen wegen Zuckerer. Ja, jetzt nicht. Ja, jetzt nicht. Aber ich mein, halt die nächsten Folgen, wenn wir keinen Fall kriegen. Wir noch ein klein wenig Au-pair sind, Junge. Ach Junge. Viele Mobs hier aber auch schon wieder sind, ey. Ich hätte, ich hätte einfach nichts dagegen gewählt. Warte, warte mal. Bei mir ist doch gerade was explodiert, oder bin ich gerade von mit dem? Bei mir ist was explodiert. So, war deine? Ja. Okay. Okay. Ich baue einfach gerade straight up alles, ne? Auf den ganzen Wald. Ja, wenn jetzt keiner drauf joint, haben wir lange Zeit. Das wär jetzt einmal perfekt, wenn niemand drauf joint. Ja, ich denke jetzt auch nicht. Ja, ich denke jetzt auch nicht. Also, wenn ich die Moritz jetzt sehe, dann würde ich jetzt feuten. Ja, das ja, aber. Wäre ziemlich lucky, aber auch. Und es wär ganz geil, wenn du ein paar bisschen Holz auch noch vorbeibringen kannst. Wenn du nicht gezahlt hast. Wenn du kannst ja dann gleich gucken, ob du noch was hast geklappt ist. Jo. Ich baue gerade noch den Baum auf. Halli. Kommst du wieder zu mir? Jo. Boah. Boah. Jetzt bist du okay. Äh. Ja, lass Brauersachen mitnehmen und weg vom Spawn. Ich hab zwei Äpfel. Hast du das Gold? Ja. Gold hab ich. Äh. Glowstone hab ich. Melons. Was brauchen wir noch? Ich hab alles, ich hab alles im Rest. Okay, gut. Hop weg. Weg 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 weg. Lass schnell die Äpfel holen und dann let's go. Oh, Digga. Halli Fight hat auch drei Kills. Ja, ja. Oh, lang Topkiller. Wo hast denn du Äpfel gefarmt? Ah, hier. Noch mal ein Apfel. Ich hab jetzt drei. Mhm. Komm, lass noch ein bisschen weiter weg vom Spawn, oder? Ich will, ich will jetzt hier noch zu Ende farm kurz. Brauchst du Gold? Geh schon mal ganz zu machen. Ja. Ich kann dir gern droppen. Na gut. Gib mir einfach die Äpfel dann. Ich bin grad schon ein bisschen angespannt. Einfach nur, weil ich kein Bock hab, die jetzt mit so schlechtem Stuff zu feiern. Ja. Also, weil wir könnten halt, wir könnten, wir könnten halt viel besseren Stuff haben. Deswegen. Ja. Das ist, das ist halt. Ich will halt jetzt noch die Gaps haben. Da wär ich zufrieden. Gaps und Pots. Ja, ich trau mich hier nicht die Pots zu machen, weil ich dann nicht so achtsam bin. Mach einfach. Mach einfach. Digga, ich hab wieder nix zum dropen, ey. Ohne Witz. Ich hab einfach alles in die Truhe reingespampt. Ich hab mir einen Gap gemacht. Hey Digga, ich hab noch 5 Fleisch. Ich hab noch genug. Ich hab 6 Äpfel noch. Digga, warum müssen die auch jetzt scheuen hin, Junge? Ich trau mich jetzt nicht die Potsachen zu machen. Mach. Ich bin da. Wenn dann kommen sie halt. Geh mal kurz Gold. Ein bisschen. Na einfach mal bitte alles. Ja, du brauchst auch noch was. Ja, ich... Hier bin... Ja, dann... Weil... Ding, ich... Hast du Gaps? Einen. Zwei. Drei. Ich hab 4. Drei. Ich hab 4. Du hast halt die beste Verrüstung, ne? Ja, ein Pot... Eine Pot Ding-Teil, ne? Ja, das halt mal. Die Frage ist, wie viel... Wie viel Gold werden wir uns überlassen? Hm. Konzentrier dich jetzt einfach darauf, die Pot zu machen, okay? Ja, ich hab halt keinen Platz mehr, ne? Für so viele Pot's grad. Ich kann auch zum Spawn gehen, schnell was rein spammen. Also... Und entleeren. Weil wir brauchen jetzt die Pot's. Ja, hast du Lohn... äh... Hast du... Ah, ich muss ja noch ne Schülern im Lohn machen, ich stimme. Siehste? Die Fragen nach Spawn-Quartz. Das heißt, die wollen Spawn-Quartz kommen. Wir müssen gleich weg. Ja, vor allem wenn die aus unserer Richtung dann kommen. Ja. Äh... Ich glaube, ich hab den Closedorn gar nicht, oder hast du den? Ich hab den. Soll ich kommen? Ach, Navex. Herr Navex ist doch gestorben. Nein, Navex lebt auch noch. Ich dachte, er ist gestorben. Navex wird jetzt... ...und Rekords bekommen. Oh, komm mal Respekt. Navex. Na, ich weiß. Du bist du? Ein bisschen was weg. Oh, hier wollen wir ab. Ich komm wieder ein bisschen näher zu dir. Ne, ich hab mal Apfel. Bei mir liegt ein Apfel. Bei mir liegt ein Apfel. Bei mir liegt ein Apfel. Ja, ich kann ihn halt grad nicht aufnehmen. Ja, ich... Oh, das ist nahe wechseln die zwei anderen zwei Fighten. Zwei. Da liegt auch noch einer. Wo? Bei mir. Bei mir. Also, weiter hinten wieder. Hast du... Immer die Öfennoten. Ja, ich hab... Ich hab ganz viel Glas schon gebraten. Ich hab noch... Ich hab über 30 Bottles gerade. Aber halt noch nicht Wasser, weil sonst hätte ich nämlich volle Info. Probe 1.000. Kommst du her? Hier liegt ein Apfel. Naja. Ich mach hier schon mal ne Chest, wo ich einfach schon mal... Ich mach hier schon mal ne Chest, wo ich einfach schon mal... Bei dir liegen sogar zwei Äpfel. Hier liegen genug Äpfel. Naja. Naja. Gibt's mir aber bitte nochmal ein klein wenig Gold und ähm... Wie viel brauchst? Ja, geh mal zehn Stück. Ich hab dir acht jetzt gegeben. Wie viel gab's das noch? Drei. Vier, fünf, sechs. Ah, und Spock Rowsdown. Ganz nett. Und du hast noch ne Lohnroute. Hier noch Melons. Hast du noch ne Lohnroute? Hast... äh... Naja. 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 Was hast du äh... Hast du kurz... Heiß. Mach's dann. Ich weiß nicht mehr was ich wollte. Äh... Axt. Ja, hier. Ich frau mich hier weiter. Die bringen keinen Äpfel. Ich weiß. Aber sonst droppen die anderen nicht. Naja. Ah, nochmal bitte ganz kurz. Place mal ganz kurz dein Wasser einmal in die andere Ecke. Wie eine Minute. Na, ich hoffe noch zwei. Ich hoffe halt jetzt nur noch zwei Pots. Na, weil... Dauert doch... Dauert doch ein bisschen lang. Soll ich auch kurz am Spawn lunzen? Ja. Wir könnten mit sieben Gaps doch schon was anfangen. Äh... Anfangen. Zwei, drei... Mit beide drei Pots. So ist nicht. Ich gucke mal kurz. Ich muss nämlich was in die Chest ranwerfen. Na, wächst es safe am Spawn. Ja, er schreibt es gerade. Die kleine Sau. Soll ich mal gucken? Ne, egal. Ich brauche hier gerade noch drei Pots. Habe ich sechs, elf, zwei Pots. Ich nehme schon mal lieber mein Schaub vier in die Beine. Über... Oder 66. Ich habe noch 50 Sekunden, ne? Ich werfe kurz alles... Den Crap raus, ne? Ok. Kurz den Crap aus der Kiste rausgerufen. Habe irgendwas rein. Steven Flash. Dirt raus. Diorit raus. Ich habe noch mal zwei Äpfel. Ich komme jetzt auch zum Spawn wieder. Weil es sich sieht, dass ich dann auch wenigstens da bin. Bist du direkt an der Chest? Ja. Ich glaube gerade komplett in den Mille. Warte. Sieger, ich habe safe gekickt, bevor du den siehst. Ja, ok. Ich gehe zurück. Ich auch. Ok. Ok, Jungs. Das hast du in der Folge. Bis dann, ciao. Bis dann.